Nein, 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 nein! Komm schon! Oh, das gibt's doch nicht! So, meine Lieben, haha! Willkommen zurück zum nächsten Part von... Äh, sag schon, Two Darks. Ja, ähm, ich muss den Hebel, hab ich nachgeschaut, hier mit diesem Bon-Bon... Bon-Bon... ...aktivieren. So. Äh, und das Tor wieder zumachen. So, genau. Sehr schön. Ich will zu meinem Papa! Allein in diesem Zirkus, äh, bla bla bla. Was? Was? Ah, egal. Taschenlampe aufladen. So. Hey, du... Bastard-Klauen! Wo ist der? Ah, nein! Hey! Aua! Ich hab nicht mehr viele Leben. Ah, komm schon! Oh! Komm schon! Bleib stehen! Echt, das gibt's doch nicht! Manchmal musst du dich sehr leise bewegen. Okay, warte, wir machen das anders. Scheiße, ich probier hier ein bisschen... Ja, komm! Jetzt! Nein, daneben geschlagen. Nochmal, nochmal. Und los! Nein! Oh, sicher! Bastard! Nochmal probieren. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. Und schießt auch nicht mehr daneben. So. Deswegen liegen auch die Bomben uns hier am Boden. Komm schon! Mach das Tor wieder zu! So. Wo haben wir den Clown? Den knall ich ab. Da! Ja, jetzt hast du... Jawohl! Geschafft! Zumindest dieser Serienmörder tut niemandem mehr was. Genau. Sehr schön. Ja, muss ich jetzt alle drei hier rausführen? Was haben wir denn hier überhaupt noch? Okay, was ist das hier? Ah, so sah der Clown aus. Okay. Sonst noch was? Eine Kerze? Da, 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 da. Batterien? Okay. Was haben wir hier unten? Manchmal musst du dich sehr leise bewegen, bringe die Kölzer näher an Smith und drücke... Ah, genau. So läuft der ganz langsam, umso näher ich drangehe. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Blöder Scheißratte. Dieser Ratte. Dieser Ratte hier. Da haben wir noch Kinder. Ah, okay, verstehe. Oh, fucken Löwe! Nein, nein, den hab ich nicht gesehen. Das war gemeint mit leise sein. Oh, shit. Oh, diese blöde Ratte regt mich auf. Ähm. Oh, lauf, 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 lauf. Kommt der mir nach? Nur die blöde Ratte kommt mir nach. So. Nein! Keine Chance, Alter. Keine Chance. Komm schon. Oh, Mann, wir haben ein Kind verloren. Scheiße. Hätte ich noch ein bisschen Patronen für meine Waffe, wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Aber nein. Okay. Egal, komm. Ah. Scheiße, nein. Oh, ich hab natürlich auch nicht abgespeichert, stimmt's? Nee. Oh. Okay, okay, das ist alles nicht so wild, denn wir wissen ja jetzt, wie es geht. Und ich glaub, ich hab mir sogar die Patronen... Nee, ich will schon den Clown damit killen. Nee, nee. Die... Den Clown kill ich schon so. Mit der Brechstange. Wo ist er denn? Bastard. Hier ins Licht gehen. Komm schon. Oh. Scheiße, Mann. Ach, also... Ich nehm die Waffe. Komm, scheißegal. Zumindest so einen Schuss abfeuern. Wo ist denn der? Da oben. Oh, oh ne Scheiße. Gut. Gut, wir haben auch diese Keule jetzt dafür. Die ist natürlich um einiges stärker. Aber ich finde hier wahrscheinlich keine Munition. Ja, ist gut. Hm. Ähm, wir speichern kurz. So. Das halbe Gesicht ist weg von dem. Guckt euch das an. Okay. Wir müssen ganz leise sein. Ich lauf lieber meine Tastatur. Nee, das ist so besser. Hier, das müssen wir noch rausholen. Ja, schrei nicht so. Schrei nicht so. Ja, mit einem Bonbon. Ich frage mich, ob wir die Löwen irgendwie einsperren müssen wieder. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Nein, mach doch jetzt. Mach der das Tor wieder zu. Okay. Okay, okay. Ich bring den wieder zu den Kindern am besten. Weil. Komm, komm. Der da abgelenkt ist. Komm schon zu den Kindern. Alter, ist der nicht mehr. Komm schon. Noch ein Schlag. Mann. Ich mach das jetzt ganz anders. Mir ist scheißegal. Ich probier das jetzt. Ich geh auf die ganzen. Natürlich daneben geschlagen. Ja, und nochmal. Frag mich nicht, wieso ich das mache. Okay. Los, los, los. Komm schon. Und nochmal. Wie soll ich das denn machen? So leise kann ich gar nicht sein. Wacht er auf? Hau ihm auf den Kopf. Ja. Oh, geil. Das funktioniert. Leiser, 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 leiser. Halt die Fresse. Nein, 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 nein. Komm schon. Oh, das gibt's doch nicht. Mann. Wir müssen einfach leiser. Wahrscheinlich von hinten schlagen. Ja, komm. Ist gut. Ah, verdammt. Und nochmal. Wieso konnte ich den denn mit... Ja, okay, von hinten. Okay, ich denk's mal, dass es so ist. So, schön leise sein jetzt. Ja, wenn er so gelb blinkt, dann muss ich draufschlagen. Komm schon. Ruhig. Komm schon. Leute, Mann. Ich dachte, der blinkt von vorne auch trotzdem gelb, Mann. Das gibt's doch nicht. Hi, das regt mich auf. Ich glaube, wir können schon ein bisschen schneller laufen, oder? Nee, nicht so schnell. So. Und... Nein! Och, wieso? Okay, warte, warte, warte. Legt ihr sich auch wieder schlafen? Ja, nee! Oh, Luna ist tot. Scheiße. Ja, okay, wir haben den Löwen dafür eingesperrt. Eine rauchen. Verdammt! Verdammt! Du hast sämtliche Beweise in diesem Level gesammelt. Ich habe etwas gefunden. Schlüssel für die Zelle. Nichts Nützliches. Ja, ist gut. Äh, ausgerüstete Waffe benutzen. Ah ja, hier, wenn das gelb leuchtet, ja, maximaler Schaden. Was heißt das? Wow! Wow, wow, wow! Ja, keine Chance, würde ich sagen. Oh, ich habe eine Idee. Löwen freilassen. Oder kreift er mich jetzt mit an? Nein! Ah, verdammt! So, alle Beweise. Schlüssel. Ja. Die sind am Reden da unten. Wir haben da wohl ein Kind verloren. Ähm, der in den... Ah, ganz ruhig, Mann. Oh nein, da war... Ah, der war so süß. Hat der uns gehört? Der hat eine Waffe. Ah, die teilen sich auf. Okay, 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 okay. Was müssen wir machen? Da sind drei Typen. Ähm, ich habe keine Munition mehr für meine Waffe. Kommt der hier hoch? Komm hier hoch. Komm hier hoch! Zu spät. Ich wollte ein bisschen Krach machen. Okay. Die müssen wir alle nacheinander fertig machen wohl. Also zuerst den hier. Stopp, 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 stopp! Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Oh, sie haben mich erwischt. Ja, der schießt natürlich jetzt. Schneller, schneller, schneller. Komm schon. Als ob. Ja, das war's. Ich bin weg. Komm schon. Ja, toll. Ja, fick dich. Scheiß Spiel. Ja, ich bin weg. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than true. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy. Other days it's hard. But if your system's working... Come. Perfekt. Einen hab ich jetzt. Mit dem Löwen. Gar keine so dumme Idee. Jetzt tue ich speichern schnell. Ich überlege, ob ich den anderen auch hier hochlocken sollte. Zum Löwen. Gucken wir mal. Ja, jetzt steht der perfekt. Und diesmal nicht so nah... An dem Typen ran. Lass uns hinten langlaufen. So, und jetzt ranschleichen. Nein. Wieso? Okay, warte. Wir probieren es tatsächlich. Ah, der geht gerade wieder zurück. Okay, wir schleichen uns nochmal ran. Der sollte uns jetzt unmöglich hören können. Komm schon. Noch ein ganz kleines bisschen. Yes! Und der letzte noch. Würde ich von hier unten probieren. So. Haben's gleich, Leute. Haben's gleich. Nein! Ah, weil die so scheiß Kinder da rumheulen. Fettsack. Fick dich. Mir gibt's nichts zu fressen. Nochmal. Ruhig. Ja, ich hol dich ja gleich raus. Yes! Verdammt! Speichern! Los! So. Hab jetzt gar nicht gelesen, was da stand, aber egal. So. Speichern abgeschlossen. Brechstange. Oh. Was ist denn hier drin? Nichts? Ja, folge mir. Komm. Meinst du, der ist tot? Ja, ich meine, der ist tot. Komm. 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 So. Ah, in den Schlüssel. Komm. Komm. Sehr schön. Schau mal, ob ich die anderen da auch holen muss, die da oben sind beim, beim, bei diesem Löwenzirkus. Komm schon. Komm. Komm her. Komm her. Leute. An dieser Stelle sage ich euch schon mal einen wunderschönen, äh, wünsche ich euch. Komm, hopp. Ich bin echt froh, nicht mehr da sein zu müssen. Go home. Also, ja, ich bin eigentlich fertig. Also, ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr schaltet euch zum nächsten Part doch wieder ein bei. Too dark. Und, äh, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich werde ein kleines Stück da vorspulen, wo es halt so lange gedauert hat. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif und ciao. Bis zum nächsten Mal.